Ich hatte eine Vision. Eine Vision über eine wunderschöne neue Erde, in der nur noch der Frieden real ist. Und genau über diese Vision möchte ich heute in diesem Video ausführlich mit dir sprechen. Höre dir an und erfahre, welche Bilder ich gesehen habe, was mir gezeigt worden ist und was in den nächsten Monaten bzw. in den nächsten paar Jahren auf uns alle zukommt. Eines verspreche ich dir. Es erwartet uns alle eine großartige Zeit. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zu Engel TV und zu einem Video über eine aktuelle Vision, die die Engel mir zeigten und wie es sich mit der Welt weiterentwickeln wird. Überall da draußen erlebe ich im Moment, dass die Menschen von Angst sprechen, sagen, in welcher schlimmer Zeit wir leben und wie schrecklich alles um uns herum ist. Und natürlich wollen wir das auch nicht ausblenden. Die Zeiten sind momentan schwierig. Aber nur deshalb, weil das Licht beginnt, Überwand zu nehmen, sagen die Engel. Es ist eine Zeit, in der der Schatten sich so richtig aufbäumt und versucht durchzukämpfen, weil das Licht immer stärker wird. Immer dann, wenn etwas stärker wird, was positiv ist, versucht sich das Negative mit aller Macht dagegen zu wehren. Und das erleben wir gerade in der jetzigen Zeit. Die Engel zeigten mir ein Bild von einer Welt, in der tatsächlich sein Bild voller Blumen, voller Farbenpracht, in der die Natur wieder unberührt sein wird, in der die Menschen wieder froh und glücklich sind, ihre Arbeit zu machen, miteinander schwingen und auch in kleinen, spirituellen Gemeinschaften miteinander in Harmonie leben und in Harmonie sich verbinden. Das ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges. Und dazu habe ich zum Beispiel ja mit Nadja Hafendörfer gemeinsam die spirituelle Gemeinschaft, zu der du, in der du natürlich auch jederzeit willkommen bist, einfach mal im Beschreibungstext auf den Link liegen. Weiter zu meiner Vision. Es wird so sein, dass Menschen und Tiere nebeneinander in Harmonie leben. Es wird so sein, dass die ganze Welt tatsächlich in Frieden ist und dass wir miteinander allesamt offene Herzen, große offene Herzen haben. Unsere Körper werden immer kristalliner. Wir sind ja momentan, wir leben ja momentan noch in einem Kohlenstoff-basierten Körper und dieser wird quasi ersetzt durch einen kristallinen Lichtkörper. Unsere Zellen verändern sich. Wir gehen in eine ganz andere Struktur. Witzig ist, dass unsere Köpfe größer werden. Das Bild fand ich ganz schön, vor allen Dingen nach oben gewachsen. Also unsere Köpfe werden größer, weil wir mehr spirituelles Potenzial bekommen und zu diesem spirituellen Potenzial gehört ein größeres Gehirn. Und deswegen werden sich in den nächsten Jahren, bis 2032 schon genau zu sein, also in den nächsten zwölf Jahren, unsere Köpfe auch vergrößern und verändern. Also das kommt auf uns zu. Das ist passiert. Das sind wunderschöne Prozesse und Bilder, die ich sehe. Das ist aber erstmal ein Stück weit das Kunstbild, das kommen wird. Momentan leben wir alle tatsächlich noch in einer sehr schwierigen Zeit. Und die Engel sagen mir, dass es die nächsten zwei Jahre betrifft, die noch sehr schwierig sein werden. Das heißt, es wird noch einiges eskalieren. Die Energien werden sich auch auf der kriegerischen Ebene noch weiter hochspitzen. Aber immer wieder kommt die Betonung der Engel, es wird keinen dritten Weltkrieg geben. Dafür müssen wir keine Angst haben. Auch wenn wir in sehr kriegsähnlichen Zuständen momentan leben, uns sehr viel Freiheit eingeschränkt wurde und so weiter, brauchen wir davor tatsächlich keine Angst haben. Gleichzeitig ist es ganz, ganz wichtig, das Gottvertrauen zu bewahren und das Gottvertrauen in sich zu erhalten. Denn darin liegt der Schlüssel. Wenn wir hochschwingen, Freude haben, viel lachen und im Herzen Vertrauen in Gott haben und in die himmlischen Mächte haben, dann führen sie uns zu unserer Eigenverantwortung, zu unserer eigenen Schöpferkraft und wissen, wir müssen von nichts Angst haben. Denn dieses Vertrauen sorgt wieder für mehr Selbstvertrauen, mehr Selbststärke in dir. Und das ist ganz wichtig in dieser Zeit. Wir wissen, dass es alleine natürlich sehr schwer zu erreichen ist, in solche Zustände zu kommen, dass man wirklich so glücklich ist und dieses Vertrauen wieder bekommt. Und das zum Beispiel ist ein Grund für die spirituelle Gemeinschaft. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, für Nadja Hasendörfer und für mich. Und umso mehr sich von euch anmelden, umso mehr können wir erreichen. Denn wir wollen, dass du glücklich bist und wir wollen, dass du dich wohlfühlst und das wirst du bei uns. Da bin ich ganz, ganz sicher, wenn du dich anmeldenst. Einfach, wie gesagt, einfach mal auf den Link im Beschreibungstext klicken und dann findest du den Weg zu uns und wirst dich mit Sicherheit auch sehr, sehr wohlfühlen. Denn das ist das, was wir kreieren. Die neue Erde. Aber die nächsten Jahre, die nächsten zwei Jahre, wie gesagt, werden insgesamt sehr schwer. Wir sehen es jetzt mit dieser aktuellen Corona-Geschichte, sehr viele Schwierigkeiten, sehr viele Barrieren. Aber es sind noch nicht alle Barrieren da gewesen. Es wird sich auch noch ein bisschen weiter zuspitzen, diese ganze Zeit. Wichtig ist tatsächlich, dass wir nicht in die Energie von Angst in dieser Zeit gehen, sondern ins Vertrauen. Aus dem Herzen Vertrauen. Denn eines ist sicher, dass die Vision einer neuen Erde, in der nur noch Frieden ist und in der jeder von uns sein glückliches Potenzial in vollem Umfang leben kann, sich erfüllen wird. Und das ist ganz sicher. Dieses Versprechen geben die Engel, dass das mit Sicherheit kommen wird. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich hoffe, du konntest mit meiner Vision ein bisschen was anfangen. Und ich denke, dass ich zur Vision, zur neuen, zur neuen Zeit, in der nächsten Zeit noch einige Videos machen werde, noch einiges channeln werde für euch, damit ihr einfach miterlebt, was kommt auf uns alle zu. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Gottes Segen, Licht und Liebe, Udo Golfmann. Tschüss.